Ich hab direkt neben der Witch gestanden. Ich brauche Hilfe! Ich helfe dir mal hoch. Die braucht ja mehr Hilfe. Das war echt nett. Warte, ich geb dir so immer Schmerz. Ich hab nur 69 Schuss. Boah, wo ist jetzt so die Tote? Die muss immer schlimm sein. Wow, danke. In der Nähe war irgendwo das Lager, wo ein bisschen was rumlag. Da ist der Bummer. Boah, ich hab nur die Erschütterung gespürt. Hier ist, äh, Hohrbong-Bong-Bong-Moli. Ich hab keine Muniziner-Fiel-Primär-Waffe. Ich hab jetzt noch die Sekundär. Warte, vorne am Aufzug. Warte, ich muss was... Hier ist ein Molotov. Ey, wo ist denn die Schlampe? Ich geb den Namen. Komm bitte. Nein! Guck den ganzen Räumern, den hat sich alles gembert. Danke. Söööööön�s Guckt in die ganze Räume rein und ich hab alles gebraucht. Wenn die Soul hier ins Leben verloren hat und ich hätte jetzt noch keine Medi inte redemption gek今日は Ал dealers bek Chevroblem. Dann bringt sie eins bei mir. Nein, bom denn! Gut Baby erstmal Munizion, ich muss jetzt alles Munizion. Guckt alle Räume zur hopefully durch. ich mach gleich seid ihr fertig warte noch nicht noch nicht alle zurückziehen hier in den raum hier ist eine Robombe, gut, ja Joop ich wurde gleich warte, lass mich die Robombe schmeißen ich ich hab auch eine geworfen nein, helfst mir, helfst mir boah, der Boomer hat noch der Boomer hat noch die Explosion verstärkt ich hab auch noch eine zweite Robombe ah nein, 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 der Boomer entschuldig ist, ich'll Gott bei den Brudeln die reale Emppektor Latva ну, kommt zurück komm zurück helfst mir mal, helf ma von hinten kommen noch Zombies Game von hinten können auch noch Zombies korb gleich Nein, das sieht nur so aus. Nein, hier schreckst du auch nicht. Ach so, schreckst du auch nicht. Das sieht nur so aus. Ja, bestimmt. Nein, nur hinter uns ist ein Baum mit einem riesigen Loch drin. Justin, musst du immer die Einrichtung kaputt machen. Ja, das muss ich. Hast du schon wieder ein Loch in die Wand gemacht? Das geht ja gar nicht. Ich werde ein Boomer. Das richtige Midi-Pack geht für mich. Ich habe noch einen Midi-Pack, warte. Soll ich die Erde so eingeben? Mir. Okay, warte. Irgendwie wagt mein Spieler, aber gerade richtig Spielwünscht. Ja, das ist mir lebt. Danke. Alle Waffen voll auffüllen, um wer es geht. Ja, go, go. Scheiße. Nein, guck mal. Die Level variieren, deswegen. Das soll eine Zombie-Apokalypse sein. Gegen den Zombie-Eingriff von 1957 ist es um nichts. Ey, wir hacken. Äh, wir hacken. Äh, wir hacken. Äh, wir hacken. Ähm. Warte, was wollte ich jetzt an? Gar nichts. Ach, keine Ahnung. Immer zusammenbleiben, okay? Noch 8 Stockwerke. Der Tank kommt einfach weg. Ey, oder wir machen Hinterhalt für den Tank. Nein, machen wir nicht. Wir schießen ihn. Obwohl keiner von euch hat einen Stuhlflint. Lauft einfach um. Und jetzt nur den Weg und beiratet ihn währenddessen mit allem zu, was ihr habt. Und nun zum Jahr. Juck, ich hab' noch eine Katana und eine Rose angezogen. Erstmal. Alter, was das? Erstmal Umgebung sicher. Ist ja nicht mehr schön. Ja, das ist mein schön. Du weißt, dass der jetzt auf einer sichern kommt. Umgebung sicher, hier ist, äh... Hier ist ein... äh, wie heißt? Ähm, der zieht denn jetzt, äh... Bauch den jemand? Wenn wir am nächsten Schuss kommen sind, unterbrechen ich mal gerade die Aufnahme und Schatten. Selbst neu. Wir hoffen, dass das Spieler wieder flüssiger werden, okay? Mach das. Eine Feinde. Wir gehen zum Lachen in den Klauen. Wir trinken. Ja, danke, das noch. Vorliegen. Geh. Den Tänker schließt mal nicht viel ausgerichtet. Warte. Warte noch auf uns, Stein. Der... Der Justin hat... Die Schubkarre runtergeschubst. Wo ist der Benzinkanister? Ich nehm den mit. Wenn der Tank herauskommt. Falls er wieder an der gleichen Stelle rauskommt. Sofort der Benzinkanister und schießt wieder das Spruch hinter drauf. Super. Boah, der Team hat mich schon wieder voll im Kopf, ey. Sag mir mal was. Ich weiß nicht, wenn ich irgendwo den Benzinkanister hinschmeißen soll. Auf. Achtung, hältst du. Mein Fremd ist runter. Da ist ein Warnung da. Ich geh ganz nah dran. Guck, da fällt man nicht runter. Das ist doch... Da kann man doch locker runterspringen. Sorry. Hast du auch den getötet? Hast du die vom Hochhaus runtergeschubst? Nein. Der war einfach ein Zombie. Hier steht noch ein Benzinkanister. Warte, da hast du im Mund. Da hast du ein Smoke-Up. Ich hab jetzt auch den nächsten Benzinkanister. Sie wird weiterkippt. Matus. Smoke-Ustot. Haller Errungsschaft. Abfänger. Abfangjäger. Ja, Abfangjäger von mir. Aber wir müssen vermuten, dass dann gleich... Da kommt der Tank. Ne. Immer. Immer. Ich hab den Benzinkanister. Ich hab Benzinkanister. Also... Ich geh nicht hoch. Hier kommt der Club. Hier ist der Raum. Hier ist der Raum. Ich weiß nicht. Die bin ich da wirklich. Ich mach mal die Tür zu. Ich bin mit der Kaffeemaschine, Alter. Ich geh nicht an die Tür. Diese Runde mach ich nicht so gut. Naja, ich hab auch nicht. Wir haben doch trotzdem die Meistin- mit der Kitz. Na, auf den Dach. 808. So, ich... Wutsch hier egal. Wutsch hier egal. Wutsch hier egal. Warte. Warte. Ich unterbrech jetzt mal kurz die Aufnahmen und starte neue Gs. So lange bitte noch nicht weiter. Nein, ich muss dich ja teilen. Ich unterbreche kurz die Aufnahmen. Bis gleich. Einen Moment. Kleine Unterbrechung, aber schon geht's weiter. Ey, wo ist mein Medipack hin? Achso, gut. Ich hab mich selbst verhalten. Oh. Warte, ist hier ein Medipack? Jeden Morgen gründlich durchgeht. So. Lassen wegfangen. Ich mag Robots nicht. Die haben keine Türen. Die haben zu wenig Türen, die Scheißrober auch nicht. Aber das ist noch nicht so schlimm wie die Zombie Apokalenz 1952. Richtig. Entschuldigung. Nein, es sind einige Zombies. Ja. Ich fahr meine Muni auch. Ich fahr meine Muni auch. Ich fahr meine Muni auch für später. Wenn ihr die Muni spart, dann seid ihr irgendwann zufrieden. Leute. Habt ihr schon kalt gemacht? Das kommt zuviel. Ja, hast du dich falsch gemacht? Sonst noch was? Die Steroide. Die Steroide. Natürlich verkackt du nicht aufwarten. Warte, hier kämen wir lange. Leute. die Stiloges vor. Die Stiloges vor. D-Wir ist eine Leiter ab oben. um nur noch nie die Alkohol und das ist Schmerz das ist die Überschritte wie ich auch wir müssen mit dem er wir haben mich nicht vermittelt wie wir sehen genau das war schon ein Jahr gleich kommt der Endfall vom Kapitel aber mit der Piste ich bin an du mal ich auch schießt mit der Piste dann guckt euch um ob der von hier oben irgendwo schon schon Medifix oder was nein 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 ich hab den ausgesehen aus der Nähe abgeknallt nein dass du dazu angekopft wurde verdammt wir haben die ganzen Piste auf uns das sieht ja auch so gut für uns aus ich kann mit der Piste irgendwie nicht umgehen da ist doch mal ein bisschen mehr hier wo wer von euch wurde sonst dem angeschrieben cool man kann die Leuchten ausschießen ich hab mich geblendet wirklich geändert ich finde die Wahrheit so lange oben sind wir nicht drauf ey Leute sollen wir uns vielleicht hier drauf verschanzen an der Satellitenschüssel dann haben wir nicht in einen Raum da rein nein wir gehen wir gehen da wo ich 2 Türen sein weil dann haben wir nur Möglichkeit für 2 Türen geh doch nicht an das Wunkgerät wenn du an die Wunkgerät gehst da wenn du ein Wunker gehst geht die Welle los wir reden gar nicht mehr da hast du denen noch hier sind und warte hier ist Verbandszeug wo verschanzen wir uns denn ich nehme einen Sieg in das Leben hier noch mal die Belehrung mit im Land was sie vorher ist noch einmal ich will ich studiere ein hierfür mehr Leipzig